Was ist das, was die Arbeit derzeit ist? 10 Jahre Live-Radio, 10 Jahre 1998 bis 2008, in denen wir Oberösterreich Gelb machen konnten. In Zusammenarbeit mit Agenturen und Kunden, unseren ganz, ganz wesentlichen Partnern, die die Entwicklung ermöglicht haben, getragen von Eigentümern und, man muss sie an erster Stelle erwähnen, getragen von Mitarbeitern, gelbes Blut in ihren Adern, die Leidenschaft am Radio machen, jeden Tag aufs Neue. So prägen wir Oberösterreich mit Oberösterreichs bester Musik, mit top aktuellen Nachrichten und so sind wir auch zu Österreichs erfolgreichsten Regionalsender geworden. So geht Live Radio ins Jahr 2008.